Gude und Gudine Gude und Gude. Wie immer. Wir sind's, den Aubin, Abbi, im teuersten Look, den wir uns je geleistet haben. Kann man schon sagen. Aber das zeigt auch, dass wir nicht sparen, dass ihr uns das wert seid, dass wir tief in die Tasche greifen für solche geile Klammern. Wir scheuen keine Kosten. Wir scheuen keine Kosten. Wir haben ein Thema für euch. Richtig. Und das ist ein Thema, mit dem ich viel anfangen kann. Weil ich glaube, dass wir es auch genau richtig gemacht haben. Das heißt, der richtige Beruf. Der richtige Beruf heißt das Thema. Nicht einfach. Nicht einfach, aber wenn man lang dran arbeitet, so wie wir beide. Richtig. Wir haben auch alles möglich gemacht. Wir werden es in der Sendung auch erzählen, was wir alles früher geschafft haben, bevor wir einfach zwei Top-Moderatoren geworden sind. Der richtige Beruf ist das Thema bei Radio Badesalz. Und dann würde ich sagen, schalte. Der Rest. Der Rest. Hören. Donnerster. Freischalte. Ganz genau. Ja. Genau. Alles klar. Radio Badesalz. Der richtige Beruf. Das wird eine richtige Knalle. Da hauen wir ja richtig mal an. Das ist gut jetzt. Da haben wir richtig an. Das ist kapiert. So ihr Leute. Und es gibt eine neue Rubrik bei Radio Badesalz. Jawohl. Ganz, ganz wichtig. Und zwar ist das der Radio Badesalz Anrufbeantworter. Hammer, oder? Da könnt ihr Nobby und Abby Fragen stellen. Ja. Und zwar immer zum aktuellen Thema der Sendung. Ja, am besten. Ihr könnt bis zu einer Minute reden. Bis zu einer Minute. Nicht länger, sonst habt ihr keine Chance, dass er reinkommt. Ne, dann löschen wir es fort. Fertig. Wenn ihr anfängt uns da Storys zu erzählen, irgendeinen langweiligen Scheiß, dann könnt ihr uns am Arsch legen. Kannst du in die Ecke oder zum Rewe oder zum Lieben. Da wirst du auch zugetextet. Aber wenn ihr eine Frage zum Thema der Sendung habt, könnt ihr uns da drauf sprechen. Und die besten Fragen pickeln wir uns raus und die spielen wir dann in der Sendung ein und antworten auch gleichzeitig drauf. Das ist das Prinzip. Also nicht nur, dass ihr da einfach irgendwo auf dem Anrufbeantworter landet. Nein, das wird in der Sendung thematisiert. Ich glaube, Sie haben es kapiert. Ich bin mir nicht sicher. Doch, komm, jetzt lest du die Nummer vor. Okay, also die Nummer ist, Achtung, pass auf, wir plänen sie auch rein, aber pass auf. 0800. 4 mal die 3. 002. 4 mal die 0. Ich wiederhole mal. 0800. 4 mal die 3. 002. 4 mal die 0. Seht ihr auch eingeblendet. Bubble drauf. Wir picken uns die beste Sache raus und dann seid ihr vielleicht quasi Gast in unserer Sendung. Nicht länger als Minute. Auf keinen Fall länger als Minute. Hier, fertig. Alles klar. Auf geht's. Alles klar. Gut. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's.